Volk bekommt kein Baumaterial. Wir haben jetzt unsere Gewürz-Insel aufgebaut. Was ist denn hier los? So, jetzt muss ich googeln, wo wir was anbauen können. Hier war nix. Gut, also hier müssen wir Kakao anbauen. Wird nicht einfach werden. Durch die Eingeborenen. Die würde ich ganz gerne am Leben lassen. Gut, dann gucken wir weiter, wenn wir hier ein Dings aufbauen. Marktplatz. Freibeute lauern euch auf! Ja, ich habe aber nix drinnen. Kollege, ich nix drinnen haben. Du, komm, fahr weiter. So, gut. Stoffe machen wir ein bisschen jetzt gerade Sorgen. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt ein Schiff erstmal gebaut. Das muss erst mal ein bisschen sich erholen. Und durch die Reparatur flogen die auf. Ein Brand verdichtet eure Häuser. So, da läuft der letzte Feuerwehrmann. Ankerlichten! So. Okay. Wir sind doch auf dem Boot. Gut, wo war jetzt der Weintraum? Der Weintraum waren hier oben. Die Insel werden wir uns als nächstes krallen. Wir werden denn hier unsere Alkoholproduktion anschmeißen. Setz die Vorsäge! Die Freibeute lauern euch auf! Ich hab grad so'n bösen Verdacht. Ich hab grad so'n bösen Verdacht. Hier werden wir hier Baumaterial in den Himmel schicken. Okay. Aber der hat sich da bestimmt angesiedeln müssen. In die Wanten! Aye, aye, Captain! Dammit. Ja, nur müssen die gerade jetzt nicht hier rumjüngern. Ankerlichten! 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 Ah! Hier könnte man einen Baumwollern anbauen. 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 So, okay. 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 Okay. So, okay. So, okay. So, okay. Hier war ein Weintraum. Dann bauen wir erstmal zwei Farmen auf. Die dürfte erstmal reichen. Dann gehen wir auf, sage ich mal... Bürger. So, das war erst einmal eine Kanonengießerei erstmal haben. Dass wir Kanonen produzieren können. Und danach... Das Volk bekommt kein Baumaterial. Und danach, dass wir uns erstmal gegen die Piraten zur Wehr sitzen können. Ich mag nicht, wenn der hier rumjummert. Der jüngert mir hier zu viel zu nahe. Schauen Sie mal rum. Das gefällt mir gar nicht. So, der weiße Bläppchen ist ein Trott hier. Hm. Aber die Insel könnten wir uns eigentlich annektieren. Für später. Für später. Das war da, die die sichert haben. Die Produktion von... Alkohol und Tabak. Wie gesagt. Die Insel wird nicht reichen. Die Insel wird nicht reichen. Was fehlt mir aus dem Rennen. Ja, bloß in der Insel. dann könnten wir die kleine hero anfangs sagt bauern sie haben auch die dürfte erst mal reichen ihr werdet von piraten angegriffen und tipps von blatt m und mann mal wirklich bis halt bei dankeschön für tipp so ok da ist mir die folge oben lieben an dieser hat also ich baue halt gemütlich auf gemütlich dass mir zeit so denn wir sagen der nächsten folge können wir anfangen mit der produktion aufbau von ab ist der wacke bau ich jetzt schnell auf Oh ja. Ack. 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 Um, we're going to have to see, ich peinoe, in ahof-bole. Ack. so meine gesprecher jetzt ab bedanke mich für das zusehen unter dem wort bei der nächsten folge von 16 mal zwei wieder ne also auch noch einen tag schon am lieben gesichert